Ja, das Problem ist halt, wir haben auf unserer Insel nix außer Schildkröten. Ja, das ist echt ein Problem. Wir wollen öfters mal jagen gehen. Kann man irgendwie einen Fleischbehälter machen? So dumm wie es anhört. Weil ich meine, in der Tat irgendwann voll. Keine Ahnung. Ja, also was das echt geht, ist ein Schweigenweg auf das Schiffchen drauf. Da kann man alles ran tun und irgendwas. Irgendwann auch abhängen, wenn sie fertig sind und dann sind wir anlegen. Oder sonst wo. Ja, oh. Wenn diese Lusche die im Kreise laufen, ey. Das ist schon ein Bug. Kann man so gut abteilen. Oder achtmal so. Gut, äh, ich würde sagen, wir gehen zurück. Oder wo? Ja, ich habe erst einen Luscht gekillt. Ja. Ich bringe die Loks runter und dann komme ich hoch und hole noch mal ein paar Tricks. Die reichen eh nicht. Ja, komm, ich geh grad mit. Nimm mal zwei Baustürme mit. Ja, mach ich. Kann auch mit den Loks erstmal reinmachen. Der ist der voll? Ne. Da sind noch zwei Plätze frei. So, gut. Und dann müssen wir noch einmal Sticks holen, weil die reichen nicht, die wir dabei haben. Wo die machen? Ne, wenn schon direkt einen großen. Großen Wälder. So, den hier. Wo, ich grad noch mal Sticks? Ja, und dann ist die Frage, was wir machen. Reicht das erstmal mit Holz und fangen wir erstmal alles rüber? Oder machen wir hier noch weiter und tun halt alle Lockholder ausbauen? Mal wegen erstmal. Na, ich würde sagen, das reicht erstmal. Wir haben ja ein Feuer da. Auf dem Boot. Können wir ja bauen. Eben. Wir können auch so nur auf dem Boot uns erstmal... Wir müssen erstmal... Erstmal für Fresschen sorgen. Ja, und Wasser vor allem. Scheiße. Okay, dann holst du noch... Ich wollte noch Sticks kommen. Ja, so viele Sticks wie möglich immer mitnehmen. Ja. Genau. Ja, ja. Noch vier Jeep raus. Okay bin voll. Ich bin voll... Ich bin voll. Ich bin voll voll voll. Und dann gehts zurück, würde ich sagen. Wo so schönes Insel schön da hinten. kann ich nicht irgendwo mal was ist bei uns rumfliegen okay ein bisschen ich brauche bekommt gerade durchschauen oder ich würde eigentlich ich tue es kein so da noch ausgeben oder so daraus ok muss man so ausgeben ein bisschen bleiben dann bleiben wir ja aber so viel schaden bekommen das hätte wieder kommen was wir zurück sind es hätte passieren können dass es ein truppe das wollte sich risiko angehen sie nicht irgendwo mal was es war das wobei moment mit dem keine ahnung wir könnten unserem wo wir damals die base gebaut haben der ecke mal einen besuch abstatten und ein paar wildschweine jagen können wir machen wie wirklich ein kleines boot da hinzufahren weil die großen das dauert ja schon relativ lange dann es war gar nicht mal so viel ich glaube sechs sieben baumstimme und ein seil und mit leider mann oder kurz doch hab alles gut vom boot lauschen mal vorne dran gebunden dann bist du zuturiert auch was haben wo ist meine exe hin weggerannt oder so ja die rente der lok oder schon wieder voll hier noch nicht habe ich vielleicht besucht das läuft links aber am berg hoch ich bin auf dem weg zu dir naja ich bekomme dann auch schon mit einem leeren docks wird wir haben so ein übeles hunger problem geht ein da drüben wir noch einiges dran und schiff schildkrötenfleisch aber ich habe aktuell dabei zwei ok zwei löser habe ich und ein rabbit und zwei vergabelt generativen scheiße das hat manchmal zurück wegen dem das ist komplett bei mir also schuld im stick lasst den lokalen hier oben stehen ich meine wir sind sie markiert und da fahren wir zurück bei dir voll zu machen ja ich komme auch noch mal wegen sticks wo wir den lokalen noch voll machen aber nicht weil wegen das essen halt was ich voll machen dann gehen wir dann zurück problem ist ich habe keine ausdauer gerade ich trinke gleich auf der auf der insel und es ist da und das ist alles friede freude eierkuchen ok von hause scheiße was haben würden gut ich wäre bereit für den rückweg schildkröten er bringt zurückfahren und auch noch krass wenn zum fett stürmen sucht und dann die wellen höher schlagen man mit dem boot richtig probleme bekommt der europa er hat mir aber auch probleme mit unserer das stimmt kommt bevor ich gar nichts essen kann ja alle mit noch kann ich hier lang laufen spieler nicht mehr kann ich nicht drauf legen oder fällt er durch da fällt durch besuch wollen wir losfahren oder kämpfen kommen die machen wir gerade weg das war's mit ihr Tor? Sehr schön. Dort. Ja. Ach komm, dann nimm grad noch ein paar Arme mit. Hab Hunger. Damit die schon nicht transportieren können. Eben. Brauchen vor allem noch Skys. Das haben wir auch nicht vergessen. Wir haben ja auch drüben kein Arme drin. Mir fehlt noch ein Stick. Ist das jetzt? Ja. Ich hab noch, ich hab noch, ich hab noch. Oh, was? Was? Dann ist der kleine Lockholder fertig hinten. Hier. Okay. Welcher kleiner? Der Außen. Der Erste. In der ersten Reihe. Okay, da haben wir uns dann zwei Sticks geführt. Ja. Haha. Ich bin schon vorhin. Da haben wir schon relativ viel mitgenommen jetzt. Ja. Ja. Also sagen wir das schon. Eine schöne Lieferung, die wir jetzt an Holz in die Base bringen. Ja. Letztendlich später vollgepackt ist bis oben hin zum Skat. Wir können eigentlich auch oben noch was drauf stellen dann später. Ich mein, das... Man muss hier nicht alles bringen. Hier kannst du nix drauf bauen leider. Was nicht? Und man habe schon geguckt. Ne. Das glitcht alles durch. Ja, okay. Egal. Na ja, machen wir uns in die Base. Guck mal. Du hast jetzt übrigens schon deine... Eure und Backpack Beleuchtung. Ah geil. Nice. Ja. Cool. Hm. Dann wollen wir mal zurückfahren. Kann ich irgendwie... Gut. 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 Und Rückwärtsgang. Okay. Kann du warte rückwärts? Ich fahr vorwärts. So. Ähm. Und Gas geben. Sehr schön. Alter, wie meine Ausdauer so richtig im Sack ist. Mein nicht. Ja, geht auch ganz gut. Und mein Leben ist relativ weit unten. Ich will halt einfach kein Bett nehmen. Es lohnt sich nicht. Ja, mein Leben ist auch so weit unten. Ich hab so... Bei Wachanzeiger. Von dem Wasser. Ja, meiner ist unterhalb der Wasseranzeige. Meist bei Winger unten dran. Jo. Gut. Ähm. Dann lass mal hier durchfahren. Ist jetzt auch die Frage, was bauen wir mit dem Holz dann? Von dem Zeug hier. Und? Gut. Er verpennen. Nächsten Tag essen. Sonst verschwenden wir nur Zeug. Ja. Hm. Ich hab grad bei Gelegenheit danach speichern. Erstmal pennen. Ja, ich speichere kurz. Ja, oder so. Speichere ich auch. Nice. Und jetzt geht's pennen. Yay. Haben sie auch ein bisschen gefixt, ne? Sonst müssen wir Ewigkeiten warten, bis man mal pennen konnte. Oh ja. Ja. Und alles noch frisch. Aber das Schöne ist. Der Schweineberg ist drüben, ne? Ja. Aber hier kannst du süffeln. Sofort. Ich brauch Federn. Okay. Komm her. Nee. Okay. Wird nichts. Egal. Wo? Süffeln? Hier hinten schon oder was? Ach geil. Ja, gib mal her. Ja, eins hab ich aufgebaut. Jo. Dann gehen wir erstmal rüber. Essen aufhängen. Und was futtern vor allem. Oh, ich hab endlich was gefuttert. Ja. Mach ich jetzt auch gleich. Wie gesagt, Leute, jetzt können wir 2 Kommas auch mitnehmen, was echt schon geil ist. Erstmal alles dran, ne? Ich kann. Warum kann ich hier meinen? Wieso kann ich meinen Lizard nicht aufhängen? Hm. Warte ich. Ich kann's. Soll ich nehmen und aufhängen? Ich kann mich auch aufnehmen. Ja. Ja. Nehmen wir Bedarf. Danke. Vielleicht war da irgendwie verbackt gewesen oder so. Kein Plan. Da kann einem. So. Gut, äh, Vogelfleicht kann ich halt nicht aufhängen, ne? Muss halt beraten. Beraten. Haben wir ein Feuer? Haben wir bestimmt. Wenn ja, wo? Ich will mir keinen Schlag. Äh, bei der Standhütte, oder? Dachte ich eigentlich. Hier ist gar kein Feuer, ne? Wirbel. Ja, dann trüb. Hä? Haben wir hier kein Feuer? Wie verarschen. Noch nicht. Wow. Ich bin ja überall fast fertig geworden, ne? Tja. Ah ja, dann baue ich jemand Feuer. Ja, gönn dir. Schöne Feuer. Schöne Feuer. Ja, wenn so, weiß ich. Geil. Läuft. Cool. Aber das Spot gefällt mir schon ganz gut hier. Ja. 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 Ah, Mann. Bei jetzt essen zu branden, ist eigentlich dumm oder voll das, ne? Wobei es gibt Leben. Scheiß drauf. Vogel, vielleicht braucht keinen so. ich wollte einen steg bauen oder mit dem holz oder trüben dann von der stelle das dach den steg oder garten brauchen wir noch nicht zu bringen welchen denn haben dann noch ein bisschen leben haben gibt kein leben wieder für jeden zwei super ja es hat meine hunger anzeige komplett gefüllt ja meine war schon voll gut zwei waren übrigens nicht mehr ganz so es war aber ja meins meins auch nicht mehr so wirklich ja egal ja bau mal also welche zuerst erst die kurze oder die rüber geht darüber laufen wird sich ja schwimmen also du meinst ja stimmt erstens weniger da kann man schon mal da anlegen und darüber laufen warte fahren wir doch einfach noch das boot ein stück rein ja dann kommt vom boot aufbauen dann können wir nicht dran jetzt jetzt du musst erst mal verrückt dazu gibt es gas schon reichen oder und ja noch ein stück mit dem körper da reinfahren noch ein stück vor jetzt jetzt musst du ein stück rückwärts und gut der perfekt böse ja aber weiß ich hätte nichts drin muss noch ein stück weg weil sie fertig geworden wird das bodo zum jorden fliegen sagt ja nur so ne jo das bodo stück wegfahren gerade mal was die spät ist alles klar ich kann ich auch alleine machen jetzt hier so ein stück so machen wenn du das war da drüben bei dir jetzt sind wir richtig drin dann wird echt ein stück zurück jetzt nur noch du vorwärts ja gut gut reicht dann reicht man schon anders war das zeug hat irgendwie bewegt ja das wenn du scheiße ist schwimmt nein jetzt hat das bunt nein das bunt so komisch raus springt dann fluscht das voll weg alter der antwort eine hilfe ich bin da das packt mich gerade ein bisschen hier um unsere gute titanic ja hast du ich komme nicht so ein bisschen bewegung ich habe eben auch einen streck hinbekommen weil die ganzen bausachen hier noch sind bei mir jetzt wieder wasser moment ich muss rückwärts oder ja ja die vorwärts und ich wollte gar nicht bohren alter befolgt der luft ich bin so zehn meter in luft geflogen gerade losgelassen aber ich bin zu drück wasser gelandet ich weiß nicht ob es schaden gemacht hätte oh man lebensgefährlich das boot will mich noch umbringen wie viel brauche ich noch schon wieder 20 stück ja du musst aufpassen wenn du drückst du auch ja das ding ist voll drin ne das ding muss man so ein ding auch anseilen was hast du denn da? ja na komm du schaffst das na komm du schaffst das na komm du schaffst das scheiße wir müssen einfach ein steg raus das war ein problem so oder? ja so jetzt vorsichtig wenn ich aussteige baue ich hier in dem scheiß lockholder weiter ja vorsichtig nichts rumschubsen ja auf keinen fall 20 warum kannst du nur einen bombstum nehmen? na okay ich hab nur einen ich hab nur ein dummer gefühl und es werden gleich ein paar ich bin nur mal runtergelaufen mann ich hab nur noch raus springen was geht ich kann aus dem lockholder nichts rausnehmen ne? aus dem kleinen ja auch mal ob der verpackt wäre willst du nur was rausnehmen? ne der ist verpackt boah ja äh das ist natürlich jetzt etwas was wollen damit jetzt der also wir bauen wir keine kleinen hoost bis zum nächsten patch zumindest der in sieben tagen rauskommt wir können sie bauen aber halt keine locks ran tun äh ne ne lass die dinger ich will den jetzt auch nicht unbedingt abreißen wenn ich sonst nicht dass ich unser boot zerschlage wieviel fehlten sie jetzt hier noch? wow wow steckstück tja äh da müssen wir theoretisch mal erholen gehen ne? na dann ja auf gehts sekunde ja boom boom hm ich geb gas du rückwärts jo und go wobei noch nicht so das muss man ein bisschen langsamer machen wir landen sonst hier am ja perfekt ok dann nur mal locks holen wir haben wir noch paar locks da drin wollen wir grad mehrere holen oder nur die die da vorne sind äh holen mehrere oder? ja bei der gelegenheit noch ein paar sticks ja ich blege grad liegt es vielleicht an dem ähm schädel oder an der schädellampe weil ich vielleicht im holz drin steht er wird mit unserem bett ja auch dann ja wir bauen das bett am besten aber wenn es klappt ist wobei wenn ein patch kommt und das gefixt wird dann war ein problem wir sollten das bett woanders inborn wo kommt das bett eigentlich nicht da oben drauf oben wäre voll geil man oben wäre richtig guter sport zurück guck mal bitte auf steuerbord steuerbord zurück 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 einfach links und rechts ne link beide seiten riesengroße gruppe bei mir nicht auch der wäre irgendwie das gleiche gewesen ah ja dann fahren wir mal ein bisschen darüber ja genau wir waren nie da gewesen scheiße ey voll dort ich suche uns halt noch nicht was ganz geiles bin echt selber von den selben also richtig selbst hoffe ich zumindest ja da aber unser altes holzverlager oder da hinten oder oder Nee, da sind wenige, die hatten ja gar nichts. Weiß es nicht. War ein viel weiter rechts, glaub ich. Oder so langfahren. Mit einem riesen fetten Frachterschiff war es auf Erkundungstour. Läuft. Oh, wir müssen... Warte, ich steig mal grad raus. Ja. Ist ja die Frage, ob wir da anlanden wollen oder nicht, ne? Wenn die haben wir ein Stückchen schwimmen, würde ich fast behaupten. Jetzt ist der Lockholder bei mir leer. Ja, bei mir auch. Ich glaub, der ist verpackt, da tue einfach nichts ran. Ich hab ihn auch nicht aufgelernt, oder? Nein, ich nicht. Ne. Wir tun uns später mal einen Lock rein. Warte, hab ich da vielleicht Zeug. Wir tun uns später mal einen Lock rein und gucken, was passiert. Ja, find ich nicht verschwunden. So. Ich kann mir überlegen, Matze, was hältst du davon, wenn wir das Bett irgendwie hier vorne auf die Ecke stellen? Ja. Wenn wir da... Dann laufen wir halt mal drauf, ne? Aufs Boot. Ja, stimmt. Ich sehe auch, man kann anscheinend durch die Lockholder hier durchrennen, oder? Geht das nicht eben? Ne, geht nicht. Schade. Warte, ist das die Frage... Geht echt nicht oben drauf? Oben wär so geil, weißt du? Oben drauf im Bett. Ja, probier's. Ne, geht nicht. Du könntest aber unter die Treppe bohren. Ist zwar mega behindert eigentlich, aber... wie das funktioniert. Warte. Hier so. Jo. Ah ja, komm. Perfekt. Machen wir so. Eben. Besser als nix. Wir müssen nur gucken, dass es hier drüben nicht in die Lockholder reinsteht. Ah. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich kann auch einfach nur... Aber... Eigentlich tut... Naja, wir müssen noch ein Stück zurück tun, glaube ich. Das ist zu nah dran. Hm. Wie lange nehmen wir schon auf? Ähm... Bis... 16... 56 Minuten vielleicht. Gut. Ich würd sagen nämlich, wir machen mal einen Break, hm? Ja. Können wir. Äh... So hier. Ah, siehst du ja gar nicht, ne? Scheiße. Ja, guck mal, da kann man doch immer noch ins Bett reinkriechen. Ja. Gut. Ähm, ich würd sagen... Wir machen mal einen Break. Ähm... Ich frag aber, ob wir noch zurückfahren. Für den Break? Zum Speichern. Oder was meinst du jetzt? Egal. Äh... Ne, ich dachte jetzt ein Break von der Aufnahme her. Ja. Okay. Oder so. Gut. Dann, äh... Sehen wir uns... Entweder auch im kurzen Cut wieder. Oder in der nächsten Folge. Mal schauen. Dann... Ja. Ciao. Ciao.